Fang du an! WUSSCH! Alter, viel zu spät! Aber Moins und Willkommen zu meinem Folge über Deathcode, jetzt fang mal an! WUSSCH! Ja, ähm, ja, Stein! Warum fall ich nicht mehr rein? Warum fall ich nicht mehr rein? Was hab ich denn für eine... KACK! Hand geht's doch! Oh Gott, gegen... gegen... Ritualbeschwörung! Ah, das war jetzt nicht besonders viel. Vor allem auf das schlechte Ritualmonster, ne? Du willst was aus der... willst du was raussuchen? Keine Ahnung, was die Karte macht. Ich hab das Deck erst einmal gespielt. Und da hab ich demonstrativ im... Zweiten Spielzug verloren, ey. Gegen Trickstar. War ich frustriert und hab aufgehört zu spielen. Was? Hey, oh! Das war's! Das war's! Mein Leben hat keinen Sinn mehr! Keine Handkarten mehr! Bossen... Mh? 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 Ich hab mich da gerade gehört! Halt! Wie die Fresse! Was? Nö, ich weiß gar nicht, was die Fallenkarte macht, aber Kopf hoch! Ich äh, ich äh. Ich äh... Ich äh... Ich... Ich... Ich meine, die Leute in meiner... In meiner krassene WhatsApp-Gruppe. Es wird healing gleich zweimal! Ach, das ist ne... Ich dachte, die mag ich jetzt irgendwann. Die macht nicht mal was! Mann, chip auf! Das kommt hin jetzt. Dann gibst nicht auf! Mein, ich hab das falsche Deck genommen! Das ist voll scheiße! Du wolltest bestimmt Genobi-Folge spielen. Jetzt funktioniert es nicht und du sagst, der ist falsch dick genommen. Der ist falsch dick genommen. Sekunde, jetzt habe ich mich gerade verschluckt. Ich trinke gerade was. Ben, brauchst du, das wollte ich dich eigentlich noch normal fragen, aber jetzt fällt mir das gerade ein? Ja. Ich habe neun blaue Höhlen für neun Link-Monster am Extra Deck. Keine Ahnung, wie viel ich habe. Würden die dich interessieren, weil du hast doch gesagt, es ist am besten weiß für Synchro, lila für Xyz und so zu benutzen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es könnte cool aussehen. Also, ja, weiß nicht. Oh, die Karte bringt viel. Die ist gut. Die ist fucking gut. Die ist soweit. Ich kontrolliere aber kein Wind-Monster. Kopf hoch. Das auch. Weil ich töte gern. Wer war das denn? Ich habe das gar nicht gesehen. Husheltier Bär. Ich gebe auf. Wenn du nicht in meinem nächsten Spielzug, in deinem nächsten Spielzug, nicht sofort in die Battleface gehst, auch nur einen Effekt aktivierst, auch nur eine Karte beschwörst oder so, dann fliebe ich wieder. Weil du hast 4000 ATK auf dem Feld und 4000 brauchst du. Aber, aber ich könnte jetzt einen Chimere bauen. Wie weißt du, was passiert, wenn du jetzt nicht sofort in die Battleface gehst? Aber, aber... Der Effekt macht gar nicht. Ist das nicht an? Nee, wenn du jetzt irgendwas machst, ne? Okay. Du musst aufgeben. Okay. Ja, ich habe das vollkommen ernst gemeint, ne? Ah, geil. Oh, da war es erfrischend. Machst du wieder das legendäre Passwort? Legende Passwort. Wie Sarah, ey. Also, ich soll nicht mit dem Duhm spielen. Du magst die Blumen nicht. Ich mag mit dem Duhm nicht. Ich mag alles nicht, was... Hast du nicht irgendwelche klassischen Yu-Gi-Oh-Karten, wo nur die normalen Monster drin sind? Ich spiele jetzt was Gutes. Das magst du. Oh, das magst du. Stein! 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 Mann, das hättest du noch fünfmal mitmachen müssen. Oh! Was hab ich denn drinne? Ich gebe auf. Dann hättest du den Titel Stein. Willst du mich verarschen? Ich hatte ein Geek- und schwarzes Loch auf der Hand. Und ich hatte... Wurde des Mächtigen, voreilige Rückkehr, dein Krug der Trägheit, Seelenlast und Kampfwalzer. Ich hab keinen Synchro-Monster. Ich hab keine Monster im Friedhof. Ich hab keine Monster. Ich hab keine Verbanden. Du hast also auch Schwarzflügel gespielt. Nein. Ich hatte Bora und Kalut auf der Hand. Gut, wir spielen doch mal beide gegeneinander Schwarzflügel, okay? Tut mir leid. Aber jetzt hast du die Überraschung weggenommen. Hör, du hast die Überraschung weggenommen. Geh weg. Ich will dich nicht. Ich krisse, Mann. Ich wusste ja nicht, dass du Schwarze gespielt hast. Sonst hätte ich dich ja gelassen. Stein. Stein. Jetzt hat sie voll ins Thumbnail geschrieben. Stein. Sekunde. Stein. Mann. Ja, Sekunde. Gleich. Das war gut. Ach, du Arschloch. Das war gut. Oh Gott, wie scheiße hab ich. Ah, es geht. Es geht. Okay, ich hab mein Synchromonster. Das bringt dir nur deine gar nichts. Halt doch deine Fresse. Oh, ein vernünftiges Synchromonster. Ja, ne? Ich kann sowas, ne? Hlelele. Und jetzt kommt, äh... Ah, okay. Dann halt nicht. Ich hab mir gedacht, jetzt kommt Ultimae der Toykit. Heute sind nämlich meine fehlenden Karten angekommen. Ach so. Erst mal hältst du deine Fresse hier mit. Und dann deine Fresse hier mit. Ach so. Mann, was hab ich für eine Ver... Nein, 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 nein. Nein, nein. Gott, hör auf damit. Ich bin tot. Offiziell. Ich geb auf. Komm, mach was. Hallo? Och, Mann. Ach, scheiß Haufen. Den spiel ich gar nicht mehr in meinem Deck. GoFu ist ein absoluter Cutthaufen. Warum machst du den Eingriff? Warum nicht? Warum machst du das? Safe Frost, den spiel ich auch einmal. Glaub ich. Ja, einmal ist still gut. Der gibt ja was auf die Hand zurück. Weil wenn du ein Gale hast, den auf die Hand zurückgibst, dann kannst du ja den danach wieder specialen. Mit Chris geht das nicht. Weil Chris kannst du nur einmal von deiner Hand specialen pro Spiel suchen. Ich bin ein scheiß Haufen. Genauso wie du. Weil ich ziehe auch nichts mehr. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. 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 Du gehst jetzt mal in dein Moll. ich mache mal den die du auch manche machst eigentlich immer machst den waffenmeister ach guck mal kein vernünftiges synchromonster was der auf die beine bringen ich hatte hier meinen glasflügel aber es kann der typ da nicht ne ist einfach ein loser das kann ich nicht sagen das kann ich nicht sagen ein kleiner loser spielzeug hat hat warum darf ich nicht mehr die können aber keine freut man den spielmarken im friertorf landen würden aber es tun sie ja nicht jetzt gehe weg nicht liebe ich ziehe erst mal zwei züge nichts mehr du die zerstörst habe ich doch eine eventuelle chance das war die erste dünner spielmark auf meiner rageki flasche und das ist mein richtiges deck was ihr normal spiele bedeutet das richtige rageki ist nicht dabei ja das ist hier natürlich gut rageki ist halt einfach teuer ist kackhaufen ist rageki hat die schule im jahr und nicht die schule den habe ich gar nicht mehr deswegen wollte ich mehr holen nicht wer nicht wer ich hasse dich ich hasse dich ich hab doch schon verloren ich gebe auf ich kann nicht mehr ich hätte was spezial bespüren ist ja gut ja hast du das deck noch nie gespielt spiegelkraft welche man ich will doch alle auswählen ich hab die alle ausgewählt ich klicke die doch jetzt zehn stunden an vielleicht auf fertig drücken wenn du keine nicht genug hast hast du nicht fünf ich hab fünf dann drückst du jedes einmal an jetzt habe ich gemacht ich kenne die karte irgendwie also ich glaube ich habe manche monster angeklickt dann wieder wieder weg angeklickt und es war ein chaos ja klar und ich ziehe auch noch so eine man ich habe verloren ich gebe auf welche scheiße jetzt machst du noch deine synchrone auf dein waffenmeister a2 oder zum glasflügel keine ahnung worauf was ist tust du leo der kepler auf dieses ganze ist so ein kack einfach bist du echten kackhaufen wusstest du das ich gebe auf das leben ist ja kein sinn mehr ich bin nein 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 ich bin allein nein 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 auch irgendwie der ist gut den spiel ich wohl ich hab ihn nicht beschworen warum nicht das gut macht er denn überhaupt ich hab ihn glaube ich in dem deck auch gar nicht weil ich den echt gar nicht habe du bist dran wenn du gehst sofort in die battle face sofort nichts beschwören nichts synchro oder so sofort oder ich liebe willst du jetzt die zeit abwarten nein es war total leise mir tut es nur für die aufnahme leid das auch nicht weißt du in welchem deck du jetzt spielst welches welcher hast du sagt man alle den decks und ich sage welches du spielst okay wir gehen abc blue eyes gadgets kosmo ich spiele kosmo richtige erraschung ok das deck das sollte noch nie gesehen ja verstanden stein 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 jetzt ach mann lasst du mich anfangen bitte ist meine auch nicht liebe ich liebe ich liebe ich sagst du nicht ich fange an ja eine regel ja eine regel ich fange an du spielst dasselbe deck ne stein 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 mann ich hab du ich fange an ich liebe du weißt was passiert ach mann ich hab sogar so oft ich hab abgezogen mann ich hätte ok ben ok das mache ich nie wieder ja ich mach das erst wenn ich sehe welche hand ich gezogen habe und ich einfach die aufgeben taste spammen das hab ich auch ich hab auch die aufgeben taste spammen wer gewonnen hat der hast leider nie gewonnen ne wieder kosmo ich hab grad so ne geile hand gezogen oh mann mama stein stein ich fange an ich fange an ok ich hab die gezogen was bist du denn für ein scheißhaufen schade also erstmal hier foolish burry au im kosmos ist das richtig stark weil kosmonster verbannen sich ja immer fieber ich glaube ich esse ein granini oh ja granini oh ja so ein apfel ne ja 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 ich hab heute eine komplette geschenk bekommen dreimal darfst du raten von wem brett wir hatten gesagt du spielst kosmo ich habe auch schon meine idee ich habe aber dreimal hinterher das gleiche deck ausgebild kann sicherlich gar nicht so beschweren geh weg auch meine sind mein bildchen wieder schwach weil mein akku leer ist geh weg ich hasse dich das ist ein kackhaufen also der akku ist ein kackhaufen mein pc nicht das habe ich mir auch noch mauer ich will ja ohne extra deck haaa ich bin doch die monarchen mit extra deck sind kacke und jetzt verbanst du Panetismus ich kenne die geschichte Pantheismus wenn ich sie ja der heißt Panetismus dann heißt er auch Panetismus ne du kennst die Regel eine regel band eine regel hat es hier braucht vier auswahl als das deck noch neu wärtest du mir wahrscheinlich dreimal sturmkraft gegeben oder dreimal panettismus obwohl ich gar nicht weißt du dass du manchmal echten kackhauchen ist nicht ganz cool das dachte ich mir so siehst du auch aus die weg wenn du jetzt diese handkarte das tust du nicht das tust du nicht du kacke war es eine gute ich habe verloren ich hätte mal ein synchroviecher auf dem feld gehabt und dank so einem scheiß haufen kannst du den rest dazu denken ja das ist es ich habe genau dieselbe karte wieder gezogen ich habe schura wieder gezogen das schura verband das macht gar nichts spielst du in deinem schwarzwiegel eigentlich geld zweimal oder dreimal tut mir leid wenn die verbindung ist gerade schlecht ich verstehe dich nicht so ganz paar g reduce nicht die 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 duh Du musst das machen. Wenn du das einen von den beiden zerstörst, dann halt auf. 4, 3, okay. Ich spiele Gale nämlich dreimal. Ich glaube, du kennst das Monster, was jetzt kommt, ne? Du bist dran. Na, Ben, wie findest du dieses Monster? Jedes Mal sagst du, es ist absolut scheiße. Und in 99,9% aller Fälle wirst du davon weggerackt. Weißt du, was du nervst? Also erstmal all die Fritzen. Dann kommt er hier. Dann kommt der Effekt von Idee an dem Hinzklappen und auch Puras. Und auch den. Und ich hätte gern die Main of the Two Monarchs. Dann hätte ich gern den und den weg. Dann hätte ich gern dieses Monster. Wann das zwei ich schwarz und w-w-w-winde? Ne, dem Engine in the Prison. Da ist zwei Karten ziehen. Mir ist das ziemlich egal. Dann kommt der Pantheismus. Der Prime Monarch wird aktiviert. Der kommt weg. Antheismus wird nochmal aktiviert. Und gehst mir den. Den. Oder den. die Sturmwurf. Die Sturmwurf. das ist ganz schön. Ja? Nein? Okay. Ich schäme mich gerade. Dafür, dass du hart weggereckt wurdest? Ja. Okay, ich habe gewonnen. Wenn ich sage, ich werde nicht weggerackt, dann werde ich auch nicht weggerackt. So einfach geht die Welt. Denn ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich kaufe ein Haus, ein Auto und ein Boot. Und jeder, der sich wehrt, gibt mein 1x1 Gehirn. 1x3 macht 4, wie sie mir gefällt. Und ich kaufe ein Haus, ein Auto und ich habe das Falsche genommen. Und jeder, der sich wehrt, bringt mein 1x1 Gehirn. 3x3 macht 4, wie sie mir gefällt. Ich kaufe ein Haus, ein Auto und ein Boot. Jetzt halt die Fresse. Was? Bis gerade eben habe ich mich auf den Boot und Boden geschämt. Oh Gott, das muss ich mir aufschreiben. So, dein... Ich spüre das Böse. Ich spüre das Böse. Ich hätte noch einen weiter nach rechts gehen müssen. Ich spüre das Böse und ich spüre, dass mein Rüstungsmeister gleich weg ist. Stimmt wahrscheinlich. Du spielst echt Mega-Monarchen. Okay. Da sind ein paar Mega-Monarchen mit drin. Ja. Weißt du, was wir machen müssten? Wir stellen uns alle... Jeder stellt sich alle... Also, Sculpture Decks. So 4, 5. Jeder. Und dann spielen wir immer dies ohne irgendwelche Zusatzkarten. Zum Beispiel bei dem neuen gibt es ja... Müssten wir ja eigentlich... Solomens Zweig dazu spielen. Und das machen wir dann nicht, ja? Mann, ich bin tot. Ähm. Ist das okay? Wir spielen also Scheißkarten. Genau. Scheißdecks. Genau das wäre meine Idee. Das erste Sektor-Deck, was ich spielen würde, wäre das Dagoni-Legend. Mit den... Dracheneinheit. Da habe ich ein halbes Stück... Halbes Ding von. Dann habe ich die wichtigste Karte dir gegeben und dann war ich tot. Ich... 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 Bitte, bitte, wie es mir gefällt. Ich kaufe ein Haus. Ein Auto und ein Boot. Und jeder, wo ist mein Geld? Wer der sich hört, kriegt man hinten eins geleert. Dreimal drei macht vier, blablabla, drei macht neun. Ich probier mehr Geld, blablabla. Ich hab ein Haus, ein Auto auf den See. Und jeder der sich hört, wenn du jetzt nicht gleich die, wenn du jetzt nicht gleich die Fresse hältst, kriegst du meine Art und die Zierung gelernt und nicht ein dummes 1x1. Nicht? Nee. Was? Nein! Ich hab auf Endface statt auf Endface 2 gedrückt. Ich wollte eigentlich noch ein Synchrom. Oh, ich hab doch auf Endface 2 gedrückt! Dass ich immer noch keinen einzigen Domain auf den True Monarchs gezogen habe. Du wärst so tot geworden. Du hast einen gezogen. Du hast ihn schon mehrmals auf den Friedhof gelegt und verbannt, aber... Jucht dich nicht, ne? Doch, die Domain des True Monarchs ist in Verbanntenzone. Ja, einmal. Ja, hast du sie gezogen, ne? Aber Kopf hoch. Weil ich grad nichts anderes da war. Ja, du hast sie aber gezogen! Riechst mich nicht auf, ne? Späht auf! Ich werd's dafür, dass ich schleichende Finsternis ziehe. Oder Tollkünergie und dann zweimal schleichende Finsternis ziehe. Willi-Awesome vs. Ach, geh weg. Ich will dich nicht. Bist Asch. Nein, ich hab's verkackt. Ich werd's deaktivieren. Oh. Oh. Äh. Panettismus, oder was machst du? Oder hast du Panettismus schon dreimal aufgenraucht? Ach, die sind sowieso in der Verbanntenzone. Das riecht mir doch alles nichts. Was soll der Scheiße hören? Und jeder, der sich wehrt, kriegt deinen Scheiß an eins geleert. Ach, Mann. Ich hab verkackt. Ich wollt den gar nicht normal besch... Lass dich einmal ehrlich gewinnen, ja? Bitte, ich... Ich hätte gern mal dieses Erfolgserlebnis, ja? Mach halt die Fresse. Nein, nein, tu's nicht! Ich... In diesem Spielzug kann ich dich sowieso nicht besiegen. Ja, bitte, Ben? Hat der Gott das gehört? Ich hab ein schwarzes Loch. Hier ist ein schwarzes Loch. Total, ne? Klingt auch so glaubwürdig. Ach, geh weg! Will ich nicht! Ich hab dich so viel... Ich hab dich so viel... Kannst du dich eigentlich immer wiederholen? Solange ich... Ja, aber eigentlich immer. Ja, eigentlich immer. Ja, ne, 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 ne. Mama, Hifel. Mama, Hifel. Mama, Hifel. Ich heiß Ben. Mama, Hifel. Mama, Hifel. Mama, Hifel? Mama, Hifel? Was soll ich jetzt machen? Ich... Ich glaube, ich bring. Tu's nicht. Ich hätte einmal ehrlich gewinnen. Ja, bitte? 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 Nein, das mach ich nicht. Bitte? 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 Nein, ich hab... Nein! Oh Gott, deine Roboterstimme! Nooo... Ich will das nicht machen! Nein, 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 nein! Ich will das nicht machen! Ich will das nicht machen, was ich will! Abbrechen! Oh! 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 Yes! Ich hab's abgebrochen! Och, Kackhaufen. Du hast es immer noch nicht verloren. Ich hab ein 4700 ADK-Fiech. Eins, das nicht durch Kampen zerstört werden kann. Und Kalu, den du bitte zerstörst, ja? Kannst du vielleicht Kalu zerstören? Irgendwie, wenn du jetzt deine Löffel Wut bestür... Bitte, wenn du jemanden zerstörst, Kalu, als erstes, ja? Gut, meine Gelegenheit geht auch Elefin der Rabe, aber... Kalu, der Stürze... Was siehst du? Was siehst du? Nein! Du hast dreimal Eder der Himmelsknappe im Friedhof. Was hab ich gemacht? Du hast... Du hast... Auf... Was hast du gemacht? Hä? Nein! Du hast verloren! Was hast du gemacht? Ich hab wild mit der Maus und der rumgehüpft auf der Tastatur... Und ich hab auch seht, dass die Ehe verendet... Oh Gott, das ist die Pannenfolge hochtreiben! Das ist das Schnelldorf! Donc...